Ich begrüße euch zu meinem neunten Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema linke Gefahr. Um zu begreifen, was mit diesem Video tatsächlich gemeint ist, müssen wir die Begrifflichkeit links einmal klarstellen. Gesellschaftlich wird das rechts jedenfalls negativ dargestellt und links findet nur wenig Erwähnung. Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass links in der politischen Ausrichtung den Kommunismus und den Sozialismus darstellt. In Parteien ausgedrückt diejenigen, welche die kommunistischen Manifeste von Marx und Engels vorantreiben wollen, sind die Linken, Nachfolger der DDR-Partei SED. Wer mehr Sozialismus wagen will und mehr für Arbeitnehmer da ist, ist die SPD und wer den Ökosozialismus fördert, sind die Grünen. Die einst konservative CDU ist unter Angela Merkel nach links gerückt und fördert überwiegend sozialistische Bestrebungen, haben aber noch vereinzelt konservative Positionen. Ein Video über Angela Merkel findet ihr oben unter dem i. Rechts daneben in Parlamenten kommen dann die bürgerlichen und konservativen Parteien. Erst die Liberalen und Libertären, also die FDP, welche auf mehr Eigenverantwortung der Bürger setzen, und die AfD, denen die Freiheit der Bürger sowie das Einhalten von Recht und Ordnung und die Sicherheit aller Bürger besonders wichtig ist. Weiter rechts, jedoch nicht in deutschen Parlamenten vertreten, kommen dann noch die Nationalisten, vertreten durch die NPD. Um die Gefahr von links zu verdeutlichen, ist es wichtig zu verstehen, wieso rechts derart negativ bewertet wird. Wie schon aufgezeigt, handelt es sich bei dem Rechts-Links-Schema um eine Sitzordnung in den Parlamenten. Die im Dritten Reich regierende Partei war die NSDAP. Die Buchstaben stehen für die Worte Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Diese Partei wurde wegen dem nationalistischen im Parteinamen rechts im Parlament positioniert. Arbeiterrechte und Sozialismus stellten jedoch den Schwerpunkt dieser Partei. Im Grunde wurde die NSDAP als linke Partei rechts ins Parlament gesetzt. Die Art der Machtergreifung der NSDAP zeigt, genau wie bei anderen kommunistischen und sozialistischen Ausrichtungen, bei Mao Zedong, Stalin, Lenin, Kim Jong-un, die ehemalige DDR, und selbst dem aufstrebenden China und den Nordkorea, dass der Kommunismus und Sozialismus immer in einer Diktatur endet. Anders funktionieren diese Ausrichtungen nicht. Es muss bei linken politischen Ausrichtungen immer einen Führer geben. Rechts wird negativ dargestellt, weil die NSDAP fälschlicherweise rechts eingeordnet war. Über die Verbrechen dieser Partei muss ich wohl nichts sagen. Das ist hinreichend bekannt. Es muss endlich verstanden werden. Kommunismus und Sozialismus endet immer in einer Diktatur. Je weiter man in den Parlamenten nach rechts geht, je mehr Freiheit bedeutet dies für alle Bürger. Eine Diktatur ist immer eine Bevormundung von oben herab. Es darf jedoch niemals extremistisch werden. Sonst wäre auch die rechte Seite nicht mehr bürgerlich. Extremismus setzt Gewalt voraus. Anschläge wie der Mord an Walter Lübcke sind selbstverständlich aufs Tiefste zu verurteilen. Da kann man von einem Rechtsextremismus reden, der nicht tolerabel ist. Schaut man sich jedoch das Verhalten von linksextremen Gruppen an, dazu zähle ich, die mit der SA vergleichbaren Antifa, kommt man nicht umher, von linker Gefahr zu reden. Um direkt den Fans des Antifaschismus den Wind aus den Segeln zu nehmen, die Antifa ist im Grunde eine Terrororganisation, vergleichbar mit Al-Qaida. Nur weil die Antifa in keinem Vereinsregister steht, macht es sie nicht weniger zu einem Arm des Terrorismus. Al-Qaida im Übrigen ist auch kein eingetragener Verein und dennoch eine Terrororganisation. Holt euch mal in Erinnerung, was 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg passiert ist. Die Terroristen der Antifa und deren Splitterorganisationen haben ganze Stadtteile in Schutt und Aschen gelegt. Im Juni diesen Jahres die Anschläge und Verwüstungen in Stuttgart. Immer wenn die Antifa irgendwo anrollt, sind Millionen Schäden, Körperverletzungen und Einschüchterungen die Folge. Die Parteitage und Veranstaltungen von demokratisch gewählten rechten Parteien werden belagert. Mit Rauch- und Stinkbomben werden Schäden verursacht. Brennende Fahrzeuge, beschmierte Hauswände, beschädigte und beschmierte Wahlplakate, Morddrohungen und Erpressungen von Lokalbetreibern sind keine Seltenheit. Dazu kommt die mehr als ironische Aussage durch linke Politiker, dass sich jeder Demokrat auch als Antifaschist verstehen müsse. Was ist aber Faschismus? Faschismus ist die Ablehnung von Kommunismus und Sozialismus. Im Umkehrschluss ist der Antifaschismus die Ablehnung der Demokratie und das Anstreben einer Diktatur. Bei dem Verhalten der Antifa, sogar mit gewalttätigen Mitteln, diese Aussage zeigt, dass der Antifaschismus, also die Demokratiefeindlichkeit, bereits in deutschen Parlamenten angekommen ist. Ein Versuch, die Antifa als linksterroristische Organisation einzuordnen und zu verbieten, schlug fehl, weil viel zu sehr auch der Linksradikalismus in linken deutschen Parteien angekommen und akzeptiert wird. Die Finanzierung durch Steuergelder im Kampf gegen Rechts ist da nur ein kleiner Bestandteil. Im Dritten Reich unter Adolf Hitler war es die SA, welche die Kristallnacht und den Brand im Reichstarm initiiert und verursacht hat. Die Antifa heute ist im Grunde dasselbe wie die SA im Dritten Reich. Auslöser ist der angestrebte Sozialismus heute durch linke Parteien. Im Dritten Reich war eine sozialistische Partei, nämlich die NSDAP, regierend. Ich bin der Ansicht, dass Extremismus und Radikalität auf jeder Seite abzulehnen ist. Da von links der größte sichtbare Schaden auch mit dem höchsten finanziellen Aufwand für Reparaturen verursacht wird, muss man der Antifa entgegentreten. Sie muss auf dieselbe Stufe wie Al-Qaida gestellt werden, als Terrororganisationen. Parteien, die solche Organisationen unterstützen, sollten von niemandem gewählt werden. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Ich würde mich freuen, euch in meinem Kanal.